Na alle zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg, darüber könnte jemand stolpern. Und für dieses Achievement müssen wir folgendes machen. Findet Nebelruferins sechs Spielzeuge im Nebel von Tiriskid auf dem Fähigkeitsgrad mythisch. Wir müssen als allererstes den Boss umbrezeln, also den zweiten. Und dann können wir hier durch die Gänge laufen und diese sechs Spielzeuge einfach anklicken. Als allererstes gibt es hier eins, wenn ihr den Boss gekillt habt und dann, wenn ihr auf den Boss schaut, rechts den Gang entlang lauft. Einfach geradeaus zwei Gänge entlang laufen und dann liegt hier schon das erste, das ist die Trommel. Die können wir einfach einmal anklicken und dann haben wir dementsprechend schon mal das erste eingetütet. Die anderen zeige ich euch jetzt auf der Map, die sind dann sonst ein bisschen versteckter. Ihr seht hier zweimal geradeaus, da war die Trommel. Dann sind wir jetzt hier oben bei den Koordinaten 69, 42. Da haben wir dann auch eins eingetütet. Dann einen Ticken hier runtergelaufen. Dort haben wir dann auch, hier habe ich schon gemerkt, bei Orange eine Puppe. Das ist dann bei den Koordinaten 56, 40. Dann haben wir schon mal drei insgesamt. Dann ein paar Meter weiter drüben, also hier einmal nach unten runter, habe ich mit Gelb schon das nächste einmal gemarkt. Da können wir drüber fahren. Hier haben wir das vierte dann. Das ist bei den Koordinaten 47, 42. Dann können wir einmal hier noch ein bisschen nach oben laufen. Hier habe ich nämlich auch nochmal vergessen, eins zu marken. Da haben wir es nämlich. Da können wir einmal draufklicken. Und dann haben wir jetzt das letzte noch. Und zwar ist das einmal hier hinten drin, um die Ecke. Da seht ihr es ganz klein, so ein Ball ist das. Und da machen wir auch noch einen Mark drauf. Das ist bei den Koordinaten 52, 29. Und damit müssten wir alle sechs einmal zusammen haben. Wenn ihr die angeklickt habt, kriegt das Achievement. Wie gesagt, ist ein Personal Achievement. Heißt, müsst ihr selber machen. Und das Achievement könnt ihr theoretisch auch in einer Random Gruppe machen, nachdem ihr den zweiten Boss einfach umgeboxt habt. Gut, das war es mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, ihr habt die Dinge finden können. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.